Herzlich Willkommen zurück zum Minerkraft! Ich habe gerade gemeint, ich halte hier eine Feder in der Hand, aber ist das keine Feder? Es ist ja allerhand! Du 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 du! So! Äh, nee, ich wollte eine Schaufel bauen. Äh, nee, nicht E! Ein E! Schaufel! Hier. Äh, stimmt, genau. Diese komische Werkbank war das. So, wir haben noch ein bisschen Erde. Ich glaube, die Sonne geht schon wieder unter. Das ist nicht so gut. Ja, das tut sie. Sie geht unter. So. Klack, klack, klack. So. Klack, 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 klack. Machen wir das mal hier alles weg. Ähm, wir müssen auf jeden Fall wieder runter in den Neter. Auf jeden Fall. Ich habe die Musik mal ein bisschen leiser für euch gedreht, da der Pegel eigentlich genauso hoch war wie meine Stimme. Das gefällt mir nicht. Nur der Alkoholpegel soll höher als meine Stimme sein. Ja. Hat er jetzt nicht gesagt. So. Ich geh mal schlafen. Hm. So schön. Au. Ähm. Ähm. Was wollte ich jetzt nachgucken? Genau, hier. Bauen wir eine Fülltacke als Holzbretter und stecken. Ach so. Sag mal, etwas Leder habe ich schon. Ach so, ich hatte aber das noch nicht. Hm, hm, hm. Hier gibt es nicht sehr viele Erfolge, muss ich schon sagen. Wir haben Diamanten. Aha. Ein Gast mit seinen eigenen Waffen. Minecraft. Fertig. Zurück zum Spiel. Tschüss. So. Ähm. Ja. Bauen wir hier mal. Der Baum muss weichen. Ich muss da echt mal gucken, wie weit ich da jetzt am besten noch rausgehe. So. Moment. Moment. So. Und das füll ich. Hä? Ich hab keine Ahnung. Ich geh mal erst mal so hier raus. Ähm. So. Und hier unten platziere ich jetzt trotzdem mal ein paar Fackeln. So. Ähm. Ich weiß ja nie, ob hier drin mal was spawnen will. Und die Höhe brauchen wir. So. 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 Jawohl. Äh. Wir brauchen viel mehr Erde. Und ich muss, ich darf nicht vergessen, ähm, hier mal nachzulegen. Für die Neterziegel. Hm. 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 Aus zwei Stacks. Aus zwei Stacks. Haben wir jetzt, sage und schreibe, 20. Alter. Ich brauch da locker zweimal 64. Hm. Hm. Eigentlich so geil. Das ist überhaupt nicht geil. Das gefällt mir nicht. Nein, nein. Dann nehmen wir hier mal alle mit. Scheiße. Da waren zu viele Krabben dabei. Ich kann ja... Ich kann ja... Fäden mehr? Habe ich hier irgendwo Fäden drin? Nee. Okay. Ich hab auch kein Kotten mehr. Nee, Kapoktuft. Kapoktuft. So heißt das. Äh, rohe Krabben. Kommt zu dieser rohen Krabben dazu. Und euch hau ich jetzt wieder in die eine Falle rein. Hm. So. So. Also, ich hab mir das mit dem Zeug anders vorgestellt. Ehrlich gesagt. Ähm, so. Wir holen noch ein paar Erdbrocken. Und zwar müssen wir das hier... Mal hier so angleichen. Und zwar brauche ich hier zwar auch Erde. Aber hier oben kommen ja auch Felder hin dann. Also Felder. Wahrscheinlich nur ein Feld. Wo ich dann immer hier so... Da hab ich die Tür auch scheiße gesetzt. So. Ja, dass hier Steine sind, war mir irgendwie klar. Aber... Das macht ja nichts. So. Hopps. Machen wir mal bis hier. Ja. Klack. So. Krabben wir euch mal weg. Tja. Wir müssen wahrscheinlich dann in der nächsten Folge... Wieder rum, Tendenita. Da führt kein Weg drum rum. Schade eigentlich, aber... Das wollen wir mal machen. So. Erstmal den Baum fällen. Boink. Hey. So. Dann... Hier mal. Ja, eben gestimmt da nicht. Egal. Ignorieren und weitermachen. Das stimmt auf jeden Fall nicht. So. Hopp, hopp, hopp. Dann. Das wird schon wieder nicht reichen. Aber... Ist egal. Ah, du bist hier drinnen gefangen. Du auch. So. Und holen wir noch ein bisschen was. Klacks. Boah, boah, boah. So, 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 so. Ach, der Wasserturm ist da drüben. Der gute alte Wasserturm. Da weiß ich immer noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ob es da irgendwelche Schätze gibt? Ich habe keine Ahnung. Aber können wir uns mal hochgraben? Hochgraben? Scheißbaum. Da ist wirklich nur was da drin. Mehr ist da nicht. So. Nehmen wir hier noch ein bisschen Gärde. Klack, klack, klack. Na gut. Bom, 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 bararum, dum. No. Hopps, hopps, hopps. Dann füllen wir hier mal kurz das Loch. Klack, klack. Oh. Gehst du weg? Und. So. Mehr Bauplatz. Yay. Now. Ich habe mich eventuell nicht selbst anzünden sollen. Waren Fehler. Gut. Ich muss das Feuerzeug wegbringen. Nein. Da. Hepp, 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 hepp. Und. Du nicht? Okay. Ist der Apfel hier schon fertig? Ne. Du auch nicht. Die, 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 die. Dann nehme ich dich mal mit. Es ist jetzt schon wieder dunkel. Zack. 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 Okay. Ne. Okay. Hopp. Hopp. Okay. Dann haben wir hier gleich das ganze Feld fertig. Ich glaube 16 waren jetzt zu viel. Ja, waren zu viel. Macht aber nichts. Den einen werfen wir einfach hier wieder weg. Machen daraus nur den Kompost. Hoffe ich. Und ich lege mich erst mal schlafen. Wie. So. Ja. Das ist irgendwie unbepredigend. Wenn man so wenig bekommt. Äh. Ja. Ich sollte mal nochmal eine Schaufel bauen. Äh. Warum gebe ich immer I ein? Was ist denn das? Bärenschale. Okay. Ja. Dann hole ich mir noch ein bisschen Erde, dass ich dann hier ein Gerüst wieder bauen kann. Und hier müssen wir ja auch noch dicht machen dann. Aber ich glaube an Erde wird es uns hier nicht mangeln. Hey Baum, du fliegst ja. Warum fliegst du, Baum? So. So. Klack, klack, klack. So. 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 Dann hier noch ein bisschen was mit. Und euch werfe ich alle in den Komposter. So. Ich mache auch mal kurz frei. So. Blablabla. So, 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 so. Und danach muss ich mir unbedingt ein Tutorial zu deinem Mod durchlesen. Oder angucken. Je nachdem. So. Ja, da muss ich mir auch, dass das da ordentlich aussieht mit dem Turm. Und bin ich echt gespannt, wie das wird. Sehr gespannt. Sehr gespannt. Sehr gespannt. So. Dann legen wir hier wieder nach. Und dann haben wir wieder unsere 20 Ziegel. Ho, ho, ho. So. 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 Was war es dann schon wieder? 40 Ziegel. Fucking 40 Ziegel. Und ich weiß noch nicht mal, ob es gut aussehen wird. So. So. Ja, ja. Ich weiß noch nicht mal, ob es gut aussehen wird. Und wie ich das überhaupt machen will. So. Aber. Ich weiß es nicht. Er sieht ein bisschen komisch aus, der Turm. Ich habe jetzt vor, hier so ein Dach zu machen. Also jetzt drei Stufen nach oben. Und. Dann eventuell noch mal so ein Holz. So ein klitzekleines Holzgerüstchen drumherum. So eine kleine, was weiß ich, Lagerungskammer, was er da hat. Und dann ein Spitzdach. Oder ich mache jetzt komplett ein Dach nach oben. Das weiß ich noch nicht. Das sind wir dann. In der nächsten Folge, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.